So, hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von Battlefield 3, wie ihr hier seht. Heute in 1 gegen 1 gegen Super Chrissy. Servus. Der ist auch hier. Und heute zocken wir, äh, ja scheißegal, mit der AUG A3 M1911, Magic Defibrillator und als, äh, Objekt, wie auf der Seite. Ich hab immer kein Plan, äh, Munition. Ja, und dann fangen wir mal an. Ja, ich hab mir grad gedacht, ne. Alter, Vater. Ja, ich renne hier grad rum, hab ich seh nicht noch. Hab irgendwie, das Grün, du rennt's bestimmt. Hinter mir hab ich doch wusste. Ich hab voll die Gatepistole, Alter. Ja, ne Gatepistole. Ja, ne Gatepistole, ey. Jetzt voll die Gatepistole, ey. MP4V3, ne? Ja, mit Schalddämpfer. Ich find die Waffe so gay, Alter. Ich will, ja, die Glock 18 ist genauso scheiße, Alter, da triffst nix mit. Au, au, fuhg. Null HP, auch nicht schlecht. Null. Bei mir steht Null. Der Herrl, Alter, der steht da oben, der Fenner. Ich mach mal keinen Traum. Oh, drei, zwei, eins. Boah, fuhg. Scheiß, die Waffe wandern, Alter. Habt ihr dich getroffen? Ja, ich bin tot. Alter, ich hasse diese Granaten. Nee, ich kann, ich kann jedes Mal, wenn ich die einfach mal über die Märk werfen, Alter, ich treff's so hart. Ich treff nie was, ey. Nee, doch, vor allem hab ich Let's Play gemacht, aber nee. Ja, da hab ich, da hab ich einen getroffen, da hatte ich ungefähr, glaub, fünf Kills und 50 Deaths. Einen hab ich mit Granate gekillt. Boah, du Bixer. Ja, warte, wir wechseln mal den Server, weil das ist, das ist scheiß, wenn wir nur allein sagen. Ja, okay. Guck mal, was das so abgeht. So, also wir fahren jetzt, äh, was war das jetzt? Äh, Epic Center. Ja, und tut der's mir schon, ja. Nein. Du hast den Server ausgesucht und weiß nicht, was es ist, Alter. Äh, ja, da oben steht er, aber zunächst gleich. Äh, was, ich hab den Weihnachtsgegen. Ich sehe. Alter. Alter. Alter, ich hab den verfehlt, man, ganz ruhig, ey, kein Grund, mich gleich anzuschreien. Wie fix, Alter, ich rutsch die ganze Zeit runter. Was für ne? Mure. Boah, ich wurde umgeschossen mit Armfuß, Alter. Äh, warte mal. Ich hasse die Farmer. Es ist von der Maas, warte mal. Ich wiedergelebt dich, aber jetzt hast du meine Waffe, Alter. Was ist das, mein Witz? Ach, das ist ein Sniper. Was glaubst du, du? Alter, ich hab den vorher nicht getroffen. Ich will meine... Warte mal, ich muss den da erstmal wiederbeleben, Alter. What the fuck, Alter. Alter, was geht denn jetzt ab, hier, Erdbeben, oder? Alter, wo, Bill, es lief, das ist ja, weil das ja nicht tut, wär's. Kaka. Bye. Okay, dann müssen wir auch wieder los. Der L96, das hab ich geschafft. Ja, du musst das schon mal wie oft das schaffen musst. Nein, einmal, das ist fertig, das alles grün. Hm. Nein, ich mein, äh, ich ist grad bei L96 Specialist. Mein, äh, ich weiß nicht, wie ich die scheiß Waffe bekomm. Jetzt komm mal rein, also, komm mal rein. Also, komm mal rein. Ja, ich will aber die F911. Ja, dann hol einfach auch die auch und gehst, dass die er schreft. Echt, die ist voll... Alter, wo will ich die scheiß, der? Und dann... ... und dann... ... und dann... ... und dann... ... und dann wieder geflüchtig. ... und dann ganze Sauber. Und das, wenn ich dann verreffe, dann hat ich auch nicht mehr... Ja, genau, und in dem Moment geht mir die Munition auf. Ja, genau. Warum dieses hässliche Knechtfichter? Aber ich muss heute nicht... ... ans Bett, ey. Ich muss heute bitte froh ins Bett mal morgen... ... während mich auf dem Geburtstag. Jetzt komm mal rein! Es lädt! Ja, egal, wie jedenfalls Schalien und die anderen Kelle hau ich dann raus. Da ist das irgendein Tank oder so? Nee, geht natürlich nicht. Das heißt... Okay, gut. Ich bin bei dir im Skwoders und von daher... ... ähm... ... hau mal dieses rechte Objekt wie es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe recht. Du blickst halt. Wovon... Alter, dieses Spawn-Killer! Ey, wovon redest du gerade? Ja, schon wieder der! Schon wieder der! Es ist wieder an 94, ey! Voll schlappelig! So, erstmal gleich Headshot hier, ne? Nein, wer schießt? Hässlicher Spawn-Killer Ich hab schon 3.0 zu 3 So, wo ist hier meine M60? Jetzt gibt's erstmal Beef, ey Okay, okay Okay, ihr kleinen hässlichen Spawn-Killer Du kleine abgefuckte Hure Du verreckst an mich M60, die 4 Holografik Ah, die sind drei Schuss Was ist das für eine Waffe? Die sind nur drei Schuss Nein, ich muss Ey, guck, ich kill mit der Ich kill mit der M60 Bring einen Typen und hat davon noch mit der Hase geschmissen Hat der mich gekillt, alter Scheiße, man Granate kommt geflogen Ach, du Scheiße Was geht denn hier ab, ey Da oben auf dem Berg sitzen welche Wo bist du? Komm mal her, mach mal hier bitte Wo bist du, also Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ja, ich werde abschossen, alter Schon vor vier Ich bleib hier Freibadelsicht Ey, da ist ein Ihr hinter dir Puh, scheiß hat er dich auch gekeilt Nein Ne, ich muss noch Waffen wechseln hier Was – was ist – es ist ein PDWR Was ist das, was ist das, was ist das, was ist dasقدemrt mädchen greifers habe ich schon lange aber ein bisschen ich bin dort weil da hättest du mir gesagt dass ich das darf uns ein bisschen sein vorangekommen ich komme darüber ich komme da nicht drüber es ist ja egal ich komme warum jetzt meine Mama die zockt das Game nicht mal und die dritten auf ja genau alter warte 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 bleib 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 ich wieder beleblich schaffst oh ja baut gebomb bau bau wiederbelebung nein scheiße wo ist die kleine potze ich will nicht hin da scheiße man ja ich bin Dankeschön ja ja zum gelaufen ja gelaufen drüben war auch welche Joachim welche Tür ob der Fortschritt alter das war da irgendwie besser knapp ich weil sie auch geoffen ich hatte nicht gesehen er hat mich ein ich konnte nicht schießen der kam ich wollte um der damit ich die Rückdämmung geben kann weil du vorgerannt bist um und dann hat er mich hier einfach mal auf voll umgehen genieter wird wo ist die frage wo bist du ich bin ein bisschen auf in der dir ich habe fünf zu vier ich habe sie gesehen hat mich beschossen ich auch nicht ich muss noch laden alter besser erstes auto dran alter der hatten all das so ne ich schieße auf den 26 schuss und der krepiert nicht mehr aber ich kriege es einfach nicht ich muss mich immer die waffen aus ich hab die ich hab die noch nicht ich bin ich so viel mit mädchen Prozent ich weiß gar nicht immer die freischaltet mit mädchen mit mädchen oder was oder wie dann so wie ich jetzt die märzte Spariermeldung zog ich demnächst das moment die Kulier durch alle Wünsche Lappersatz und ich bin das weg hat doch Fug alter in der SNS schießt die brauchen anscheinend schießt auf dem Ostdach halte die Gäste wo alle LVP LVP scheiß ich bin gleich tot Städte ja aber ich habe ich habe dieses Ding nicht ab und nachher das wird der Gefallen er wieder nicht den Tod kam einfach mal hoch hatten ich hab mich zu spät umgekehrt was soll ich erst solch Medikin zwischen in 320 und so schnell scheiß ob ich nimm mal was ist eine gute Waffe PDWR um P45 pp 2000 pp 19 mp7 die Schott als er mit Schuppen ja ich will sie freischalten aber ich kann ja ist es Prozent aber ehrlich sagt die mp7 ich echt nicht so toll weil ist dies ungenau ich probier's mal auf hier ist immer auch ein bisschen ich komme zu dir und so boah fuck alter da ist irgendwo ein MG Schütze der macht Dauerfeuer auf mich ich bin hinter dir ja warte mal warte bleib 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 nein nicht wiederbelebnis fix ja oh Gott jetzt jetzt kurz die fix alter ich brauch die Brute ich hab hier mp7 ich seh den aber nicht warte der ist tot ist tot nein ich konnte dich nicht wiederbeleben nein ich bin tot hier oben auf dem Dach ist einer ey jetzt liegst du aber da hinten nein ich bin entgegen dir aber da hinten ist noch einer hier kann ich nicht wiederbeleben ja ich konnte es irgendwie nicht es ging irgendwie nicht ich werf da jetzt aber mal Garnata ja hast du recht man du weißt dass da noch einer war ne ja genau ich habe mit mp7 noch fast gar nichts gemacht also du fast gar nicht schossen ich glaube ich werde jetzt mit Garnata werden die ganze 100 das ist voll genius Warte mal als einländer ich habe irgendwie gefühlt es kommt einer von der Treppe ohne Scheiß ich habe ihn mit der Dinger mit ich habe ihn mit der Dinger mit da kam er hin wo nieder'll genau wie gefühlt man sich mal an zu machen genios ich habe ihn mit der Dinger mit ja geile Traum ich bin wach hier gerade die Treppe warte wubel zu rüber ich hab genau die ganze Zeit oder werf ich den Kabel drüber da ist er noch nicht na was warte weg weg nein der kam genau rein warte ich hab nur tot warte nein da ist noch ein mit mit einer Schottgang scheiße man und dann hat sich das auch erledigt oh alter solches Geburt alter Killer ohne Scheiß die stellt sich damit entgehen wo es äh sporen äh hier ich hab nur noch die ja okay 2 alle 6 10 meine Fresse kack ich hab 7 zu 7 ist auch eine grad besser M16 3 ist vollautomatik ja äh kannst aber auch stellen auf Wurst und so aber auch mit M16 3 k 2 k 0 4 0 die kleinen Gründe mit 12.000 umschreißen ich hab sieben doch spiel Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Was ist das Wochenende, Alter? Ich zock sowieso Freitag durch. Ja, wieso durch, Alter? Ich komm dann später. Also, ich denk mal, ich geh so um 11. Geh ich da mal rüber. Und so um 12. Oder vielleicht um 1. Komm ich dann einfach bitte. Hä, wo kann man die F2000 freischalten? Warte, F2000 ist... Moment. Moment. Auch GA3 ist, wenn du 10 Leute reanimierst und 30 Kills mit dem Sturmgewehr machst. Nee, ich hab 10 Leute Reviews und 2 von 30 Kills. Mit dem Sturmgewehr. Ja. Ja, hier steht Feuer, Rate 700 und Feuer, äh, Weiß. Ja, am Arsch. Feuer, Weiß. Weiß, Weiß. Ach so. Weiß, nicht Weiß, Weiß. Ich hab grad verstanden, Weiß. Weiß. Ich hab's gemerkt, ey, das ist, das ist nimmer normal. Was ist das, äh, du wirst gespawnt? Du wirst gespawnt. Ich hab's gemerkt, ey, das ist nimmer normal. Was ist das, äh, du wirst gespawnt? Was ist das, äh, du wirst gespawnt? Es ist voll genius, Alter. Es ist voll genius, Alter. Ja, keine Ahnung, was im... Ja, 1,416, äh, Quatsch, äh, Quatsch, äh. Ja, 1,416, äh, Unterlauf-Grenadwerfer. Ja, genau. Und ich hab mit dir noch nie gespielt, das heißt, ja, einfach mal ausprobiert. Kennt ihr gar nicht. Okay, pass auf, das sind keine Ahnung. Hätte ich jetzt mal im Geder Bayer, da hätte ich mir hingockt, der Zweibahn ausgeklappt, ey, und dann wär's bloß noch Dauerfeuergang, glaub's mir. Ja, ich seh ich hier nicht mal welchen. Ja, du 0,1, 0,1, hab ich ja 100 Punkte und das 0. Ja, okay, dann, weil du einen wiederbelebt hast. Dann, wir wachen mal nicht, pass auf. Ich will gerade so richtig auf die Wand, ähm, mit dem Granatwerk verschießen, damit's dann die Wand wegsprengt und ich rausschauen kann. Ja, und was bringst du? Dann hab ich einen Überblick und muss er doch ins Guck. Ich bin auf dem Dach. Ja, Vorsicht, der ist draußen. Öh, das ist ja, ist nicht nur einer, da waren zwei oder drei, ey. Glaubst du mir, da war nicht nur einer? das möchte und 50 Leute vor mir stehen das glaubt mir das glaubt mir das war nicht nur einer aber das waren circa drei bis vier Leute ich weiß nicht wie 90 es ist es ist man kann benutzen ob ich schon viel kürz gemacht wird es ist es ist er hat um ich habe Kurschein in die hast du die M9 selbst bekommen ich hab die Glock 18er bei mir will ich mir irgendwo schalten wird aufgrund der Kini macht ein für mich hat er noch gar kein Schalter vorbreit schalten bei den Waffen wo ich habe außerdem ich lebe noch und ich werde hier von allen Seiten geschossen ich werde hier von ab Ski News oder Sohn und gleich zu dir Ich habe einen gekilltener Selbstmord. Alter, Vater. Nein, ich treffe nicht. Nein, Mann. Ich hätte ihn so geil an den Kopf geschossen. Ich treffe mir die sächslichen Ambrus nicht. Ich probiere mal. Alter, die M16 ist so scheiße, ohne Scheiße, ey. Die M16A3 ist der größte Wurzeltdreck. Nein, die hat voller Automatik, aber die trifft nichts. Glaubst du mir, die trifft echt nix. Überhaupt M16 für M4, das ist eine geile Waffe. Also M16. Du bist so alt, du hast gerade noch da und jetzt bist du irgendwie weg, Alter. Ich kann kaum noch laufen. Ja, geil. Ich kann mich nicht mehr bewegen, kann ich mehr laufen und dann killt er mich da einfach nicht mehr machen kann, ey. Nein. Ich bin tot. 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 Das ist das, was du. Ge... Genios. Wo kommt denn diese kleine abgetackte Scheißhure her? Ich treff die nix, ich treff die nix. Alter guck an, ich stehe vor dem! Macht voll Automatik! Kein Schuss kriegt, kein einziger Alter! das war der zeigt ja pass mal auf da bin ich auf dem dach mit sniper granade es war knapp unter jemand Kostmann da kommt einer da kommt einer ja es ist auch zu spät ich hab gesagt da kommt ab einer und du zu hohen treten auch zu mir alter achten und ich habe vorbeigelassen ich denke ich habe es aber der Idiot Alter ich sag viermal da kommt eine Bussie auch auf so flammerein hier nach denke ich mir so ich habe dies gar nicht nichts nur ballistisch zwölf ist wichtig was ich die mit Sturmgewehr mit ballistisch zwölf um keine Ahnung voll geil Alter Wuch gleich mal noch ein paar Pumpte ja blüht der Mongo dort oder wurde gerade und hat einer wiederbelebt werden da vorne ich kann mich nicht bewegen und komme ich wiederbelebt sich jungen lassen sich durch das fucking fenster aber warte mal ich komme zu dir warte mal ich habe gesehen dass sie zu zweitens ich bin als ich komme ich kann mich weiter da schießt einer volles programm auf mich ich finde das nicht witzig war einmal das eine wiederbelebteschein alter kurz alter der die kürze schlampen ich bin tot alter der mit seiner Kruppel hat ein L96, sag. Hier kommen Renn, Alter. 7 Sekunden hab ich nur noch. 6, 5, 4, 3. Gefuckte Scheiße, da ist einer. Mit einer A in 5. Der, der ist tot, der wurde von einem anderen gekümmt. Kommt hier, hier rein, hier rein. Hier ist noch. Welches Loch? Ach so, in dem Mörseranschlag. Da hab ich mich früher mal rein verkrochen, Alter. Du sagst ein, so nicht rennt schon lange. Warte, 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 ich geh oben aufs Dach. Ich geh oben aufs Dach und geb den Feuerschutz. War noch nicht mehr auf dem Dach. Ne, das bin ich ganz neu. Ich bin nicht mehr die gleiche. Ja, genau. Und dann, dann ist er tot. Ich bin nicht mehr der ist tot. Aber komm hier runter, komm auch immer. Ich glaube, du bist zu. Noll. Wir haben dich schloss. Nein, Mann, wo bist du? Ich weiß gar nicht mal, wo du bist. Biss hinter der Granate hinter dir? Warte, mach. Ich seh den da. Lass du hier, komm. Alter, scheiße, ich muss nachladen. Keine Amo mehr. Ah, grüß dich fix, hab keine Amo mehr. Alter, ich hab auch den geschossen und der ist er krepiert. Oh, jetzt ist er so gut. Ja. Hey, ich möchte mal wissen, ob das mit Pät... Okay. Hast du wieder einen? Ja. Hast du den Zugang enorm? Na. Oh, du, das hab ich nicht. ich habe doch nicht gesehen halt ein bisschen winder der schießt alter der 7 und 100 prozentig elke natürlich hat er mich jetzt gar nicht weiter der 2 gott perfekte Schuss in der Glock 18 und anderen er soll er kommt wenn die dumme futzer ich machte kaputt er ich machte kaputt soll er kommen das ist mir ja 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 endlich Nadine von hinten gemästert worab bin ich jetzt warte 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 ich komme rund nein alter ey gott verdammte scheiße 50 hp die abgefuckte Hure ey ich glaube auch ich schreck auch immer alter wenn mich einer von hinten messer hätte es ist echt cool sag ich so ja ok den hab ich witzig kommt nur noch so alles verschwindet vom Bildschirm ja alter fuck 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 alter fuck fuck ja wir es nicht schaffen ja ja ich warte mal ja 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 naja ja 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 der hat mich gekillt ja mich hat er mit dem granatwerfer alter alter guck an ich wird spawnt und schon tot alter scheiß spawnkiller ohne scheiß ja alles vorhin war ich besser als du also halt die fresse ja aber wie viel besser jeden fall besser als du hier kann man damit in Prozent als Medica hier alles vorhanden die Welt und Köpfe erscheinen da bei mir beim Bild die ganze Zeit ist das Widerbetriebszeichen der kommt da tatsächlich aufzuschießen weil ich dachte ist nicht mehr da bis noch da warte ja ich wieder blöblich und ich hab nicht mehr geschehen ja und rennt Prozent Prozent höchstens über meine Stürze oder was denn Prozent es gibt die Deckung und er hat mich hat gewünscht er hat einen Rufdach schossen ich bin bis 100 Fall ich war gerade oben auf dem Dach er hat es kommt schüler zu als ich komme drüber er sucht ich weiß nicht was du passt also ich bin einwandfrei drüber kommen ja ist glaube ich auch lang ja da kennt der andere Kerl nichts ja gell alter wie geil das aus wenn ich das jetzt mache hundertprozentig boah scheiße außerhalb des Kampfgebäßes kacke man ich komme nicht mehr raus ich hab scheiße oh verdammt ich bin auch schon das schaffe ich das schaffe ich nicht nein das schaffe ich nicht das ist ja ich habe auch nur schnell eine hochgekehrt die Hälfte ja ich auch ja ich glaube es ist das Springer einfach mal runter Alter wo kommen die Sposten denn her Alter ja ich bin glaub ich jemand ich bin jetzt abgepackt du Sniper mal ernsthaft das geht doch nicht mit rechten Dingen zu ja das ist doch ein bisschen besser da bin ich ganzer doch tagelt ich denke so doll das ist besser dann nicht das ist besser dann nicht das ist besser dann nicht das ist besser dann ist es Mann aber dann zieh ich da ganz gut 13 zu 10 ja das ist schon mal eine positive KD falls der René gezogen kommt der KD ja das ist René das ist so stark und er ist bei mir in der Schule und er meint eine 39 zu 20 KD wär irgendwie total schlecht aber ich finde sie eigentlich gar nicht so schlecht ich mein klar ich kann besser sein nein alter ich sehe dort wiederbelebt wohl die Leute hier ich bin bei dem Level ab ich muss irgendwie eine neue Waffe bekommen haben oh ne ich doch nicht ich bin mal schnell vorzudieren so lange ich noch nicht von den Zweifel ich bin werde blablabla was weiß ich die Scheiße heißt die Treppen machen wir brauchen abgefuckt gegen Jussel neul ein Arschloch lol ich steh da einfach drin mach wieder mit 3er 4er Kill weil du lockst dich alle da rein und die wollen einfach nur nein granate, 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 granate nein ich weiß gar nicht wofür du gerade laberst alter ich hab da keine gesehen ey auf dem Dach ist einer ja warte mal ich komm runter wo du bist nein nein oh mein Gott hinter mir oh mein Gott mein Gott wie fackt das oh mein Gott ja lass mich doch nein 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 das nächste Mal schreie ich das nächste Mal wenn immer wenn ich beschossen werde ich gleich oh oh Gott muss euer mach ich ohne Scheiß ey mach ich ohne Scheiß ey oh mein Gott oh Gott oh Gott oh warte 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 du liegst da warte springt einfach vom Dach und schießt mir einen Schuss in den Kopf alter was war das für eine Aktion ja also ein Dankeschön wäre ganz nett von dir jetzt hat ne bitte 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 ja ich renne doch hier in der Herd ich hab also gleich mal wunderspringen ne leg du dich mal genau auf die andere Seite warte mal alter da hat es eine Wüste und mich hat auch gleich erwischt alter ich bin warte mal alter durchbratschen ich weiß nicht wo das ist ich hab den noch nicht gesehen ich gehe jetzt mal die Leiter Treppen leider hoch der ist da oben scheiß die Wandert bin ich behindert wieso lauf ich da die Treppen hoch der ist genau da auf dem Dach also die Leiter ist ja gerade runter gesprungen alter fuck und die spawnkiller hier ey geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu Jesus Christus mach mal was dagegen ich hab ein bisschen Angst er ist halt verschwommen er läuft genau in die andere Richtung genau alter ja du wichser ich hab dich gesehen man du Penner du geschossen hast du 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 ich hab dich ich hab dich von dem level 4 hat er mich gekillt hier eiskalt ey Jesus Christus im Himmel GRANATE Jesus Christus das geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu 18 HP Nein ich mache Party auf deinem Graf! Scheiße, die Wand an mir! Ich bin voll schlecht! Ich hab noch Granaten mehrfach geschossen. So, ich glaub wir werden dann noch wieder auf, oder? Also ich muss mal mit aufnehmen jetzt. Ja ey, warte, ich muss gucken. 8 zu 17! 8 zu 17! Rutz die Fix! 8 zu 17! Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich was anderes freigeschalten hab. Hab ich gelevelt? Ähm... Warte mal. Ich bin bald Colonel 3. Sch... Shepard. Was ist ein Shepard? Hier, muss ich mal gucken, Alter. Nein, hab ich nicht. Ich brauch noch 20.000 Punkte, dann hab ich das Griech heute noch voll. Hä? Ja, mach ich dann schon! Zipfel. Ja, egal. Ja, oder wollen wir noch eins machen? Ne, dann machen wir noch eins, aber nicht auf dem Genius Server. Okay, warte dann. Warte, Moment. Ich hab's jetzt auf dem Level gemacht mit, äh, mit Sturmgewehr, das kann so nicht weitergehen. Alter, ich hab... Ne, klar auf dem Server. Nein, bist du geschissen im Kopf? Natürlich auf dem Server. Ja, willst du, dass ich krepier? Nein, auf dem Server, alter. Der hat die ganze Back to Kaka, das ist, das ist geil, das brauchst du sowieso, weil du zwei Stunden Back to Kaka zocken musst. Das hab ich schon lang. Oh. Achso. Ja, das ist dann natürlich was anderes, aber trotzdem. Oh my gosh, geil. Und aus dem... Sie sind Schilddämpfer drauf, alter. Sie sind Schilddämpfer drauf, alter. Sie sind Wicamente mal Schilddämpfer, ich hab keinen Schilddämpfer. Du hast, was? Ey, ich warte, dass du, wie sie sporen, weil ich wär' sowieso wieder umgeschossen. ich habe keinen Schalldämpfer tatsächlich? Alter, ich habe für fast alle Waffen Schalldämpfer ich zocke mit den Waffen nicht so viel ich hätte hier für Sniper die Schalldämpfer oder für UMP 45 aber ich muss Ding machen verstehst du mich oder für PP19 hatte ich auch Schalldämpfer aber ich brauche hier ich muss erstmal zocken damit ich mir Schalldämpfer kaufen also hab hier ne meine Katze Maya die äh richtig irgendwie so neben mich und will dass sie äh will streicheln würden Alter wie geil da steht einer einfach Massen mitmachen ja ich guckte da steht er so Bäm ich komme zuerst hat 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 nimmst du noch auf okay zocken wir dann noch bissl halt ohne Aufnimmung ja ich muss die oh Alter da ist voll der da gehen yo Sniper ein gehen yo Sniper ich kann nicht mehr geile nein Granaten fuch alter die Mülltonnen hat es zerfickt Null HP ich hab echt Null HP als muss ich die reinziehen bei mir steht genau Null HP Alter Alter fuck es ist mir egal ob der jemand umgeschossen wird oder nicht äh ich weiß aber ich hatte ich schon das das mache ich das habe ich sonst das habe ich froh auch immer gemacht das war mal voll geil haben sie immer alle gesagt fucking ähm Mörser Noob Tuber und so blablabla und ich nur so Dankeschön das ist doch voll geil ey ey warte du bist so unten warte mal schnell ich komme oh du fühlst nööööö nicht rechtsradikal noice da ist einer bähm scheiß ich bin tot nein 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 verdammt die scheiße man 2% und ich konnte nicht schnell genug zur M19 ich weiß wie du dich fühlst ich hab dir auch schon voll vorgeheizt hier Alter wie du gerade um hier vorbei rennst uuuhh Alter wie das aussah richtig geniös ich war nicht grad wow fuck die Wand an alter 32 AP man verpisst dich da ich stelle mich da mit Granatwärm vor allem ey boah alter der kommt da einfach mal rum ey hier um die Ecken direkt um die Ecken ich dachte der kommt vorne rum ne nein alter erstmal 5 Leute um die Ecken gerannt guck mal ey ja aber die ist aber auch so ne geile Waffe die zieht mir übelst alter die zieht der übelst gar nicht Ska ey die kannst du so in die Tonne treten alter so in die Tonne alter ich hab ey die die hat mit denen mit der Waffe hat mir schon voll viel geknickt das wir auch das das mein das h ich habe den Sposten darf da oben eliminiert da auf die ich gerade geschossen habe ich habe gerade auf den schluss ja ich bin gerade dabei genau so geil wollten das schon würde vorgängst in der schule war es so irgendwie dann so er fragte und so ja was passiert also was machen notärzte wenn jemand ein herzinfarkt hat und dann einer so jahre mit so einem komischen ding auf den irgend so ein elektroschock oder so ne dann wer so ja aber keiner weiß bestimmt wie das in wirklichkeit heißt nur noch nicht so melde mich doch doch die vibrile so ja wohl wissen dass ich 3 nein an einem eltern Sprechabend erst mal so ja also um mal zu meiner Mutter oder ja so ich wollte mal ich wollte immer fragen ob sie wissen dass Christian Spieler 18 spielt aber ein Mulder so ja er spielt halt gerne er ist halt der Ossensider Nein! 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 Alter, die ganze Treppe hat es recht frisst! Alter, fuck! Ich habe es nicht abgewickelt! Ich war drinnen entstanden! Ich war im Haus drin, ich habe es gesehen, Alter! Die Eis können mein Haustür mal verschwinden! Ich habe es nicht abgewickelt! Ich habe es nicht abgewickelt! Ich habe es nicht abgewickelt! Alter, ne, ich kriege die ganze Zeit nur so Crashing Kill Assists, Kill Assists... Ey, aber Crashing Kill Assists! Aber Crashing Kill Assists! Oh, ich habe es nicht abgewickelt! Mal, Alter, geht doch, Alter! Da kann ich ja nicht! Weil ich ja kein- Wile! Ich gehe, 3a oder, ach so, na... Die muss ich auch noch freischalten! Aber ich habe, äh, also momentan überhaupt keinen, der mit mir gut zockt, weil, bei denen alle geht es nicht, und, ja... Ja, bei mir geht's, aber ich habe keinen Freund, bei dem es geht und... Wenn man sich nicht verständigen kann, dann ist das Scheiße. erste mission kub gemacht mit dem typ wohin kenne richtig abgefuckt scheiße alterne der hat immer so eine scheiße gemacht das war richtig assozial ich muss erst mal kills mit waffen machen damit ich schalte immer freischalten kann jetzt ja jetzt laufen da drei leute auf mich zu drei zu sechs das wird wieder irgendwie schlecht warte du liegst da unten du liegst da unten warte mal einer kommt oh das bist nicht du warte wenn ich da drunter spring nein du bist tot steve fix alter jetzt wollte ich dich gerade wiederbeleben hätte ich gehe ich muss ich muss die grund die fix scheiß äh ding kills noch machen damit ich die auger 3 bekommen erst umgewechselt ist glaube ich brauche nur 26 oder 46 ich weiß ich glaube ich muss ich 30 oder 40 oder 50 33 26 wieso fragt er mich hat ja ich brauche bloß noch 25 wenn die küsse aufwärten mit dem planatwerfer sind scheiße wichtig nur im skype ich zock mir mit schalldämpfer mal rein ich bin ich bin auch geworfen ja vielleicht ist bei dir muss gleich sein ich habe da keine Zeit im Fuckup Dugger dafür kein schalter es ist ein bisschen scheißegal als erstes lassen uns rein kämpfen dann fünf jungen später scheiß auf camping nebenan hatte ich eigentlich fast nicht gesehen ich hab dich auch nur gesehen wegen dem namen ich leg mich jetzt einfach aufs bett und oh mein pack mein granatwerfer ist leer ich sehe es ich ich höre es ich höre es tun zu tun ich wollte auch mal jemanden killen aller gut ja ich habe auch gemacht alter du kielst alle es gibt doch mal ein kind hier machen großzügig scheiß doch die wand zu pressen klassen soll er wollte mich verarschen kommt so viele leute rein und die ganzen kürze kommt nur du und ich komme hier nicht mehr scheiß aufs bett auch fix ich kann nicht mehr schießen nein ich bin tot was hast du für eine wasserliche er hat einen granatwerfer ich hab kill ich hab wieder bloß killassist 95 bekommen kurz die fix ich bin tot jetzt so weit habe ich ein mk 74 ja mach du mg und ich wiederbelebt dich dann nimmer m6 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 m8 m8 springen das das sind für eine Woche M60 E4 ja die habe ich auch das ist voll geil Alter ich weiß ich weiß das ist richtig geil Alter ich habe 200 ich habe 200 Schuss von 800 weißt du was ich immer mache ich suche mir eine Klasse aus die zocke ich hoch bis ich keine Waffen mehr freischalten kann und dann und dann hole ich mal die nächste Gruppe bis ich dann da keine Waffen mehr freischalten kann bis ich dann noch alles durch habe und dann zocke ich einfach ein bisschen nee Alter ich komm nicht mal mehr zu dir ich hab ein 10 zu 11 ey ich hab 3 zu 6 alter ist ja noch schlechter aber ich bin so schlecht guck an ich schieße mit AK-74 M1 als Assis-Granatwerfer drauf schreckt er nicht mehr dann haue ich noch 30 Schuss drauf schreckt er auch ne Alter was soll die Scheiße hier ich komm schon wieder tot alter ich hab gleich ich hab kein Bock mehr Alter das gibt's doch Sack ey ich geh voll auf den Sack ey das sind voll viele ey die killten Alter kommst du gar nicht mehr durch ey ja genau Alter das gibt's doch nicht Alter die wissen immer wo ich komme und wann ich komme ich werde jetzt mal nicht bleiben Alter jetzt kriegt mich hier keiner mehr raus wo bist du ja super ich komme da nicht mehr hin Alter hier ist so ne scheiße da kurz warten du mich auch alter durch die Mitte ey vor allem ne hinter dem kopf alter ich fräck doch da es ist mir scheißegal wo du dumm durchläufst ey es ist mir so scheißegal ich hab 2hp bin gleich hab aus und bin tot hahaha ich hab nicht gesehen halt die Fresse guck man alter 3 kills 11 deaths was soll die scheiße ey 10 kills und 12 ja aber ich hab auch echt viel zusammengeschossen wo du nur hinabschlackst aber jetzt komm mal her ja wie will ich nen Kommentar du mich auch ey kannst mich am Arsch kratzen alter na toll dich komm doch du zu mir alter du scheißegal geh aus dem Haus aus renn zu mir fertig ja ich glaube ich schaff's ich glaube ich schaff's ich glaube ich schaff's komm Baby ich schaff's come on oh leg alter come on ich fack das ich bin schon über die Straße nein da ist einer ich hab ihn gekillt ich muss nur noch die Treppe hoch ich bin im Zimmer ich bin gleich bei dir oh Gott ihr fix alter ich hab's geschafft ey ich kann nicht jetzt schau mal auf die linke Seite der Map ich kann nicht hast du den gekillt? ich bin gleich tot 2 HP nur noch alter lag ey ich hab zwei FPS aufgenommen zwei FPS ja äh da läuft gleich einer ich bin da ist immer noch keiner okay äh ich glaub meine Katze muss scheißen oder so auf jeden Fall irgendwie schon was in der Art aber ich hab den gekillt aber ich musste st äh die Kat äh Ding machen äh die Tür auf aufmachen weil da mal Katze nein nein ich hab äh die Granatenwaffe dabei ja ganz kurz ja sorry ey du musst ein bisschen warten du musst nachlassen ja ich hab grad ich bin tot ja ganz kurz krass ja was alter ich will nicht zum schießen kommen ich hab gedrückt der gibt mir einen kalte an Händenwaffe ey schlafen ich sag gerade eben noch ja alter was auf ich bin tot das Haus ist scheiße ey alter das ist saugeil du musst dann komm wir nehmen einfach beide LMG und M18 klein alter ich muss Gott verfickte Kills mit fucking Sturmgewehr machen dann haut ihr aufs Sturmgewehr zweibeine passt so ich hab kein zweibeine Sturmgewehr freigewalt was kattst du eigentlich äh MG Schütze Schmaß 12 nein ich bin richtig schlicht ich bin richtig schlicht ja genau alter da rennt einer ich schieß auf den nix passiert genau dann killt der mich alter 30 Schuss auf den und der hat noch 67 AP alter sicher klein v Gott alter Alter ich hab was ist gehen ohne Scheiß ey 14a so schlecht habe ich noch nie gespielt 15a aber der vor mir 14a und 20 alle ich geht es nicht fünf fünfzehner das so schlecht habe ich noch nie gespielte ja genau ich schieße auf die alle nichts passiert ganz klar der wichtig klar ich war gerade im gea da hat halt bloß die fresse du hast sturmzelt hat gesagt ja natürlich schau dir das video an ja also deckung geben könnte es mir schon wenn ich schlecht ja der stil und ich wollte eigentlich auch den schießen aber dann hast du gesagt frag mich noch mal in der stunde kannst mich dann auch weiter öde andere spost was kann ja eigentlich ja 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 es ist mir scheißegal ich mach kills es ist mir scheißegal ja keine ahnung ja keine ahnung ich irgendwie sehe ich da immer irgendeine und dann schieße ich da immer hin oder was ja ich muss gleich nachladen es war gerade richtig scheiße weil von der recht von der linken seite kam einer von oben und ja mach mal nein nein man du hässlicher nur ich nur ich ich ja nicht siebenmal umgeschossen ich hängte kein anderes mal der 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 hoffentlich ja kranz 안돼 k relativ einmal Kleid das sobald ich tot bin ich runterholt meine mutter erstmal geiles ausschaut exosante erneut geiles ausschaut die katzen spiegel rein denkt sich so stimmt zu boh was ist das für ein geiles dinge 2002 ist auch für sturmgewehr ja auch ich scheiß richtig egal all der ganze zeit nur kill assist und suppression killers ist was soll die wenn sie auch wenn die aufnahme stoppt ist wir gehen auf dem anderen server ok wir gehen auf dem anderen server die aufnahme gestoppt ist alter der server geht mir auf den fack ey und mp 412 rex kill der mich da die dumme packen ja mein battlefields abgekackt ja aber mein battlefields abgekackt ja jetzt muss ich draußen also so geschossen der cta-programm beendet die 3 das Programm reagiert nicht mehr aber bleibt beendet reagiert nicht mehr was für eine Scheiße beenden das Video jetzt hier mal weil er hat Battlefield 3 geschlossen und ich hab da auch keinen Bock mehr weil ich ganz voll abkackt und ja bis zum nächsten Mal von Battlefields das grüßt meine Mutter so jetzt alter jetzt kommt Prozessor arbeite jetzt 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 jetzt